Meghan Markle kam am sechsten Tag der Invictus Games 2023 in Düsseldorf ein und setzte damit einen sommerlichen Trend fort. Die Herzogin von Sussex trug einen kurz geschnittenen Overall in Ecru, den sie mit einem cremefarbenen Bläser kombinierte. Sie stimmte das Ensemble mit schwarzen glänzenden Leder-Mules von Saint Laurent ab und trug dazu Bottega Veneta-Ketten-Ohrringe und einen Leo-Sodiac-Diamant-Anhänger von Brilliant Earth. Sie entschied sich für ihren 62.000 Dollar teuren Lorraine-Schwarz-Pinky-Ring, der mit aus dem Nahen Osten geschenkten Diamanten gefertigt wurde, und ihren 2.800 Dollar teuren 1972-Tennis-Pinky-Band von Chiffon & Co. Aber das, was alle bei der Veranstaltung auf Meghan starren ließ, war ihre bizarre Handlung, plötzlich an die Spitze der Parade in einem unangemessenen Outfit zu springen. Ihre Shorts waren kürzer als ihr Mantel, und sie trug teure Hausschuhe anstelle von richtigen Turnschuhen. Meghan verließ plötzlich den Stehbereich mit Harry und drängelte sich vor, um die feierliche Parade anzuführen und die schönsten Aufnahmen zu bekommen. In von Fans gedrehten Videos kann man deutlich hören, wie das Publikum sagt, ich frage mich, ob sie betrunken oder high ist. Die anderen Personen tragen Uniformen oder angemessene Trainingskleidung. Sie trug Shorts und irgendeine Art von Mantel darüber und obendrauf watschelte sie in teuren schwarzen Flipflops. Harry ist im Hintergrund, er streckte den Hals, um Meggans merkwürdige Aktionen zu beobachten. Die beiden Damen standen neben ihm oder waren offenbar seine Assistenten. Eine von ihnen, die nicht zeigte, schien einfach Makele anzusehen und einen Moment wie wir zu denken, was tut sie da? Die Quelle erklärte, dass Meggans Handlung darauf zurückzuführen war, dass sie das Kamerateam von Netflix kommen sah und einfach im Zentrum des Bildes stehen wollte, was die anderen Veteranen unbehaglich aussehen ließ. Es ist offensichtlich, dass sie sich in alles einmischt, was von einer Kamera erfasst wird, und zu jedem rennt, der eine Kamera für ein Selfie oder ein Video hält. Aber das ist so ekelhaft. Das Kamerateam war seit Meggans Ankunft da. Es gibt mehrere Videoclips vom Kamerateam. Ihr Respekt kennt keine Grenzen. Sie hat nie für ein Land gedient, sie hat nie die körperlichen Schmerzen und die Rehabilitation durchgemacht, die diese tapferen verwundeten Veteranen erlitten haben. Sie hat in ihrem armseligen Leben nur sich selbst gedient. Sie wollte die königliche Pflicht, der sie angeblich bei ihrer Hochzeit mit Harry zugestimmt hat, nicht erfüllen, aber wir wissen jetzt, dass sie nie die Absicht hatte, diese Pflichten zu erfüllen. Meghan behandelt diese Veranstaltung wie eine große Fotogelegenheit und BR-Möglichkeit, und es ist offensichtlich, dass sie eine Wohltätigkeitsveranstaltung nutzt, um ihr Profil und ihr Image zu verbessern. Es ist ziemlich ekelhaft, um ehrlich zu sein, besonders weil dies größtenteils eine europäische Veranstaltung ist, und sie konnte nicht schnell genug aus Großbritannien wegkommen. Sie hat Harry völlig aus dem Weg geschoben, außer wenn sie bei ihm ist, und dann ist sie ganz lächelnd und liebevoll. Aber sie lächelt nicht, weil sie mit Harry ist, sie lächelt, weil sie an die großartige Presseberichterstattung denkt. Wir haben viele Bilder von diesen beiden gesehen, die zusammen unglücklich aussehen, das Beyoncé-Konzert, die Videokonferenz, bei der sie ihn nicht einmal angesehen hat. Aber sobald viele Kameras in ihre Richtung zeigen, ist sie ganz lächelnd.